Ich möchte gleich vom Start immer beweisen und zeigen, wie gut er wirklich drauf ist. Diesmal hat er also in jeder Position, Renat Garfudorf mit der Helmfahrt beruht. Da Niklas Taising, Helmfahrt Planer, auf der dritten Position, diesmal in Weiß, mit Klingelsen, Filetetels und ganz außen Helmfahrt Gelf. Tobias Pusch wird sicherlich ein spannendes, heißes Rennen, also in den nächsten vier Jahren. Danke. Das war's für heute. Das ist der Schatten, der Brüse, der Sturz ist. Das ist der Schatten, der Sie gesagt haben, vor den Zeitpunkt, die der Verkünfte an den Hüge im Leben und an der Ersichtung an die Glockenzeuge beitragen. Ich bin auch schon von der Mitte der Fälle, der Kaffee auf der Seele 5,1, Das war's für heute.